Verübrigens, ich weiß wer Kunst ist. Kunst ist eine Person, die damals live in Aufnahmen gehackt hat. Sehen wir uns zum Beispiel jetzt das Beispiel hier mal an. Affen, Affen. Oh mein Gott! Nice! Uh, vieler Kunst, die letzte Legende. Reopen soli... Wieder gegen dieselben oder was? Mhm, eher gegen Kunst, die letzte Legende. Was gab's denn so das letzte Mal in Elo dazu? Neun. Wo ist denn... Wenn mir das Tor klappt, hee hee, alles klar, danke. Was ist denn von Lita? Ich hab gedacht, es wär so ein krasser Gangster, der sich so gar nicht sagen lässt, oder so. Hä, Kunst ist irgendwie so ein 14-jähriges Kind. So ein fucking random. Ach nee, Digga, Kunst ist einfach so ein 13-jähriges random Kind. Ja. Ist das echt so? What the fuck? Ich hab also immer so... Oh, das ist Kunst, okay? Ne, Alter, guck dir mal... Richtig hart rein, ist dafür bekannt, und dann ist er einfach so ne Lusche. Ja, guck dir mal, wie er... Er hat glaube ich... Ich weiß nicht, ob er noch ein Video mit Stimme auf seinem Kanal hat. Aber guck dir mal ein Video mit Stimme auf seinem Kanal, dann ist er irgendein 13-jähriges Bastardkind, Alter. Spooky hoch. Das kann man nicht ernst nehmen, wie Kunst. Kannst trüben, kannst turnen. Spring, spring. Nice, Matty. Schön, Matty, sehr gut, sehr gut. Jetzt Kunst-Legende. Einer down. Ich hab genau Kunst bekommen, aber ist ja schade. Nice, Legit-Legende wieder down. Der Max, jetzt hat keine Blöcke. Oh, Kunst der Legit-Legenden-Clan. What? Das war's ja wohl mit ihrem 100%ige Win-Streak, ne? Ja, die hatten erst 4 Wins, also die hatten 4 Wins, jetzt haben die schon einmal gegen uns verloren, und jetzt vielleicht... Sorry, mate. Ich hab grad Todes gefällt, Mann. Ursprünglich. Ja, was hast du? Ja, Digga, mit nur'n Blöcke, okay, egal. Ja, dann brauchst du alles. Brauch nur einmal, dann mach ich's. Ja, das reicht, nur Blöcke reichen. Damit hol ich auch das Bett jetzt. Ich komm' hoch mit drauf. Ich komm' gleich wieder. Tuch her, aber die Gegner kommen ja nicht mal mehr. Und die keine Lust mehr. Oh, ne, da ist einer drin. Als ob du auch durch die Ecke da durchrotten kannst. Ja, klar. Kannste überall, äh, Alter. Oh! Raus dran! Mag Musik! Hitboxen! Unfaire Spielverhalten! Oh Gott! Mie Kraft Hitboxen! Die waren wieder hinten auch. Hat mir ja eben schon zu viel gebracht. Nein! Unfaire Spielverhalten! Wer war'n das? Der KFC ist Moins. Ist der Bauer runter oder ist er down? Der ist da oben. Ich hab' den einmal abgeschossen. Aber warte, Alter. Ja, komm, wir müssen jetzt Kunst... Komm, Kunst-Lech-Studio gelernt, äh, Legende. Diesmal müssen wir sie first rushen. Ja, hast du eine KFC dabei? Ja, ja. Musst du, äh... Mach du, hau'n weg. Hau weg, hau weg. Hau weg, die Dahl! Ist offen! Ist offen! Ah! Konzil, legit Legende!